Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuesten Weapon Guide. Es geht um die Typ 100 mit Grip. Und wir spielen auf Point Due irgendwas. Eine ziemlich schwierige Map, finde ich. Und darum habe ich eben diese... Oh, was war denn mit denen los? Keine Gegenwehr. Diese Wumme gewählt, denn... Also, man geht hier sehr oft ran an den Speck, wie man hier sehen kann. Man sollte dann nicht einzoomen. Nein, nein, nein. Und genau für solche geschwindenden Sachen braucht man einfach diese geschwindende Waffe. Ich habe am Anfang nur mit MPs gespielt, hier bei COD. Also, bei dieser Beta eben. Bin dann aber komplett zur M1 gewechselt. Ich muss aber sagen, dass mir die Typ 100 ultra gut gefällt. Also schon immer. Die legt ziemlich schnell. Man hat eine gute Feuerrate. Man kann sie extrem close spielen, aber auch auf die Entfernung, weil sie halt sehr stabil ist. Es ist ein angenehmes Teil. Und ich zeige euch jetzt hier, wie ich sie spiele und wie ihr sie natürlich dann auch spielen solltet. Ganz klar, da sind gleich zwei. Wo sind die? Da oben. Okay, daneben. Daneben, daneben, daneben. Aber hart. Da ist der zweite. Im Häuschen bestimmt, ne? Versteckelt. Ist der größte, der ist da vorne. Ist der da unten? Die Map ist halt unterverschachtelt, ne? Man kommt von überall, überall hin. Das heißt, die Gegner können also sehr schnell direkt in euch drin stehen. Man kann ja auch snipen. Man kann ja auch mit der M1 spielen. Alles möglich. Aber es ist auch schwer. Also, finde ich. Ihr müsst einfach... Hoffentlich hat er das nicht gehört, dass ich gerade einen Mate von ihm gekillt habe. Hat er nicht. Haha, sehr gut. Da vorne ist noch einer. Oh, er gibt mir im Fall einfach den Shot. Okay. Egal, ich habe das Flugzeug gerufen. Das Flüchzeug. Ihr seht, sie legt wirklich schnell... Es gibt andere MPs hier noch in dem Spiel. Es gibt viele MPs hier in dem Spiel. Und ein paar davon legen einfach ziemlich langsam. Und das gefällt mir gar nicht. Oh, also wenn ich eine MP habe, dann muss ich gerade hier in dem Spiel, wo du überhaupt auch schnell gelegt wirst, oder schnell legst, muss ich einfach eine schnelle MP haben. Ich verbessere mich nicht unbedingt eine schnelle MP, aber eine schnell legende MP. Sonst geht sowas nicht. Also, es muss schon Damage machen, das Ding. Oh, ist er geflasht? Nein, ich habe meine Waffe weggelegt. Dumm, dumm, dumm. Da ist sie wieder. Was habe ich denn hier? Eine M1941. Ganz kurz testen. Ah ja, das ist die. Okay. Nein, nein, die will ich gar nicht. Die ist echt... Die gefällt mir nicht gut. An der Stelle würde ich euch gerne mal fragen, wie ihr denn diese, in Anführungsstrichelchen Weapon Guides, oder eher Videos, in denen ich zeige, wie ich mit den Waffen spiele, und dabei kleine Tipps gebe, wie ihr diese Videos denn so findet. Also, lernt man daraus irgendwas, oder ist es einfach nur, naja, gut, Kartoffelsalat. Recon searching for targets. Na, also, noch ein Assist geholt. Da ist noch einer drin. Nein, aber hinter uns kommen sie gleich. Ja, da. Da ist einer. Wuhu! Oh, den Pilot. Hinter uns ist noch einer. Es lohnt sich wirklich, auf die Karte zu gucken. Da hätte ich jetzt einen so müssen, ganz klar. Es lohnt sich sehr, auf die Karte zu gucken. So, ich... Oh, fuck. Da hinten sind gar keine, ne? Egal. Oh, ja. Ja. Wuhu! Kartoffel! Salat! Vier! Oh, drei. Drei. Ich hab noch nie drei geschafft. Ace! Ach Gott, ich hab ein Ace. Es sind drei Leute, oder drei Kills, ein Ace hier. Okay. Wow, 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 wow. Die Flash kann ich euch echt nur ans Herz legen. Das ist richtig nice. Und am besten ist es, wenn ihr die Flash und die Nate habt. Weil die Flash einen so hat, Stunt, dass sie oftmals... Dass sie oftmals ein Nate-Kill bekommt. Weil die Leute wegen der vorhergegangenen Flash nicht mehr aus der Nate, aus dem Radius wegkommen. Ist nicht so erwähnt. Witzig, mich verarschen. So, wo bist du hin? Du Sack. Okay, warte kurz. Äh, nein! Oh, scheiße, scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich jetzt pusht. Also, so wie ich ihn gepusht habe. Das geht doch nicht. So eine Idee kann doch nur ich haben. Alles klar. Enemy Bomb. Enemy Bomb. Oh, fuck. Wow, 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 wow. War das noch auf mir drauf? Sind die wahnsinnig? Sind die im Wohnzimmer? Sanitäter! Ich habe tatsächlich Schwachsinn da oben rumzuhüpfen. Da hinten sind zwei. Oh, da kann ich nicht drüber flashen. Ich bin selbst geflasht. Edel. Habe ich gut gemacht. Ja. Rewarded. Die haben ein Flugzeug. So, Wolf. Nicht nochmal, mein Freund. Ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber es ist echt wichtig, dass ihr auf die Karte guckt. Und schaut, wo eure Mates sind. Egal mit welcher Waffe. Immer eine gute Idee. Sodass ihr nicht in den Spawnflip geratet und von hinten an umgenudelt werdet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.